Ich habe in den letzten Monaten in Berlin viele, sehr viele Menschen getroffen, die mir immer beides erzählt haben. Beides. Wie toll diese Stadt ist, wie viel hier losgeht. Aber sie haben auch mir erzählt von Sorgen und Nöten, die sie haben im Alltag, von Enttäuschungen, die sie haben über die ideenlose Politik dieses Senats. Die Menschen zu mir sagen in dieser Stadt Berlin, wir wollen mehr mit Berlin und wir können mehr in Berlin. Und ich sage euch, ja, Berlin wird es schaffen. Liebe Renate, wir kennen uns nun schon sehr, sehr lange und haben immer gut zusammengearbeitet. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich, dass du die Richtige bist für Berlin. Wir werden ins Rote Rathaus einsteigen und wir werden die Verantwortung, die das Rote Rathaus uns dann auf die Schultern legt, auch annehmen. Weil wir wollen eine Stadt für alle und wir sind bereit dafür, Verantwortung für das Ganze zu übernehmen. Wenn ich auf die Bilanz von fast zehn Jahren SPD und Linke schaue, muss ich sagen, die Bilanz ist erschütternd. Immer noch Spitzenplätze bei der Arbeitslosigkeit, Spitzenplätze bei der Langzeitarbeitslosigkeit, bei der Jugendarbeitslosigkeit, bei der prekären Beschäftigung, bei der Arbeitslosenquote von Migrantinnen und Migranten. Ich sage euch, Berlin kann viel mehr. Berlin hat viel mehr Potenziale und die wollen wir als Grüne mobilisieren, weil wir uns mit diesen Zahlen nicht abfinden wollen. 100.000 neue Jobs in der Pflege, in der Gesundheitswirtschaft, in der Kreativwirtschaft, in der Green Economy und das geht. Also ich denke, dass wir so viele Mitglieder jetzt auch neu dazu bekommen haben, hat schon sehr viel damit zu tun, dass wir eine sehr glaubwürdige Politik machen. Wenn man Turmkraft jetzt als Beispiel nimmt, wir waren die Partei, die von Anfang an vor den Risiken gewarnt hat, die für einen klaren Ausstieg waren und das honorieren die Menschen. Ihr habt es schon gemerkt an der ehrgeizigen großen Zahl, die wir heute Morgen erreichen mussten und zum Glück übererfüllt haben. Wir wachsen. Also ich interessiere mich ja für Sozialarbeit und Arbeit mit Migranten. Da bin ich auch schon drin. Und ich habe jetzt gesehen, dass da noch so viel nachzuholen ist. Und insbesondere jetzt in einer Zeit, wo viele Fördergelder gestrichen werden im sozialen Bereich. Und da denke ich mir, dass man da schon noch einiges machen kann. Insbesondere mit den Grünen zusammen, die sich auch dafür einsetzen. Die gültige Ja-Stimmen gab es 734. Das sind 91,3 Prozent. Was für die Drenate Künners mit für Bildung in Berlin? Ich würde einfach ganz klar sagen, dass sie als ehemalige Verbraucherschutzministerin klar auch immer für die Betroffenen dasteht. Deswegen erhoffe ich mir, deswegen auch ganz hohe Erwartungen an ihre Personen, was den Bildungsbereich antrifft. Dass da entschlossen von Anfang an mit den Betroffenen geredet wird. An runden Tischen müssen die Betroffenen mit einbezogen werden. Ansonsten sind keine Reformen machbar. Und was ich auch noch sehr ans Anspruch habe, dass in Bildung investiert wird. Dass absolut nicht gespart wird. Wir brauchen zwar effizientere Verwaltungsstrukturen, aber in Bildung muss weiterhin investiert werden. Ansonsten zertes System in die Wand.